so leute sind wir beim nächsten video ich habe es euch angekündigt vor einiger zeit ich habe noch etwas anderes gefunden im 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 gamestop in nürnberg nürnberg ist das richtige wort und zwar deutsche jumpstart für 10 45 49 zwei stück und zwar ein jumpstart pack auch das finde ich ziemlich cool ich finde das als display und einzeln zu verkaufen wirklich dämlich so zwei packs hier drin erhält zwei jumpstart je 20 karten ja finde ich okay gucken was wir haben es ist jumpstart 2022 eigentlich würde ich müsste man die aufbewahren weil jumpstart wirklich zum spielen da ist und wirklich wirklich ein cooles format ist ich habe mit einer freundin vor gar nicht so langer zeit jumpstart mache ich durchgesuchtet und habe wirklich ganz ganz viele verschiedene editionen gespielt müll weg und ja das war das war ziemlich großartig und hat eine menge spaß gemacht und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen spielt mehr jumpstart spielt mehr jumpstart wenn ihr casual spieler seid spielt mehr jumpstart wenn ihr turnierspieler seid und ein bisschen gammeln wollt spielt mehr jumpstart gucken wir uns an jumpstart dieses mal ein bisschen offener wir haben u elfen auch hier wieder deutsch und zwar unsere rare elfen kriegsmeister zwei mana 2 2 immer wenn eine oder mehr elfen spiel kommen kriegen den grünen elf fähigkeit löst nur einfach zuck aus und elfen krieg plus zwei plus zwei und trampel schaden okay dann elite krieger nett weise in der reduzierung nett elf bogen nett ja es ist kein gutes ich sag es mal so ist kein gutes das ist ein part von meinem deck für die leute die jumpstart noch nicht kennen wir brauchen zwei booster pro jumpstart deck das ist mein erstes deck und das ist der zweite teil meines decks ich habe noch goblins ja elfen goblins nice und zwar haben wir da ein ip halbherz goblin taktiker vier mana 3 2 immer wenn ein anderer goblin in dem versuch der ist blockt wird opfer jedenfalls das tust fügt der vier schaden eine kreatur zu fügt er jede kreatur die ihn blockt okay und wir opfernden gebärung kriegen 2 1 1 rote goblins sehr cool kriegshöppling für mehr goblins veteran goblins mehr goblins mehr goblins drachenfutter coole karte mit einem coolen neuen artwork wirklich cooles artwork goblin pioneer pioneer ja ganz nett das mischen wir jetzt zusammen theoretisch und haben ein elfen goblin jumpstart deck der gegner der herausforderer ist das der gegner hat auch zwei booster auf diesen zwei boostern findet er die folgende sache dämonen ich finde jetzt schon großartig dass hier dieser oni hinten drauf oder oga hinten drauf ist 2033 mit ding dämonen des unglücks vier mana 6 6 opfere eine kreatur hat sich kosten diesen schwuch zu wirken fliegend trammelschorn neues und seysan seysan ist eine sausau coole karte seysan verdreher der weiten fünf mana 6 5 zu beginn des versorgungssegments verliert jeder spieler zwei leben und zieht zwei karten wahnsinnig cool wahnsinnig cool mehr dämonen hexenmeister mensch cleric horror und so gut aber da wollte ich sagen takonuma ausblutung 333 wenn du eingreift oder block verliert einlehnung falls du keine dämonen kontrollierst sehr sehr coole karte oga uni waren damals oga uni waren damals für mich ein deck und ja das ist ein teil des decks das heißt wir haben elfen mit einer menge kleinen kreaturen gegen dämonen die sie selber verlieren und schatz ja schatz du hast natürlich recht profi gesichtsbrecherin die ist aus penner oder nicht okay 3023 bedrohlich immer wenn ein oder mehr kreaturen die konsoliertes kampfstand zu finden kriegen wir einen schatz opfer und schatz schicke die oberste karte in sechs zielen wir können den zug spielen okay das ist enttäuschend das ist enttäuschend das ist ein cooles artwork das ist wirklich ein cooler artwork aber das ist ja enttäuschend dass da keine penner karten drin ist finde ich richtig enttäuschend ja dämonen schatz und elf goblin das sind die die zwei decks die wir haben das interessante dabei ist für für sowas hier kann man nachdem man eben diese runde gespielt hat auch was sagen okay dann machen wir einfach dämonen goblin und elf schatz oder goblin schatz und dämonen elfen und spielen noch mal gegeneinander und das finde ich bei jumpstart wirklich wirklich cool und im gegensatz zu dem komischen draft kit was ich so fand finde ich diese packs wo dann zwei stück schon drin sind wesentlich cooler und muss sagen so jumpstart dann auszugeben und sagen hey hier kauf dir das pack du kaufst dir das pack und dann spielt ihr gegeneinander großartig da noch ein würfel rein oder irgendwas was lebenspunkte zählt geiles starter produkt finde ich cool wusste auch bis gerade nicht dass jumpstart 2022 in deutsch rauskam finde ich auch gut und ja ich hoffe wie hat spaß sag mir mal wer gewonnen hat dämonen schatz oder elfen goblin ich bin für elfen goblin bin ich ehrlich wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin auf lexet ciao ciao